Was soll das? Wieso bestellt sie jetzt den Partyservice? Du spinnst wohl! Was ist? Wen hab ich bestellt? Den Partyservice da draußen. Die bringen ja ein neues Buffet. Was? Ja, wir sind von Partyservice. Sie haben was bestellt. Sie haben nicht einen Orkestrasse Nummer 10? Nein, wir haben keinen Partyservice bestellt. Also bitte gehen Sie jetzt. Halt das mal. Kapiert? Du hier nix richtig. Also raus jetzt mit euch. Hey, beruhige dich. Ist doch nichts passiert. Bitte jetzt. Nicht rausschicken. Und das war die Polizei. Was? Klaut. Sie ist nicht raussch. Bitte. Schick uns nicht runter. Bitte. Kommt das überhaupt so schlimm? Wir bleiben nicht viel, dann gehen wir wieder. Ich glaube ich schlau. Das ist meine Wohnung und die bleiben hier. Okay. Sie sollen hier bleiben. Klar doch. Sollen mitfeiern. Klasse Idee. Bunte Mischung. Super. Warum ist mir das nicht selbst schon eingefallen? Weil du auf so gute Ideen gar nicht erst kommst. Und dann wieder hin. Ich werde hier auch ein Wiktum. Vielen Dank.